Höhlen-Nympfe. Eine Höhlen-Nympfe ist ein Naturwesen, ein Naturgeist, ein Elementarwesen. Höhlen-Nympfe ist insbesondere weiblich. Eine Höhlen-Nympfe ist ein Feinstoffwesen, das in Höhlen oder um Höhlen lebt. Höhlen-Nympfe ist eine ähnliche Bezeichnung wie Grotten-Nympfe. Normalerweise sind die Erdgeister männlich, es gibt dort die Zwerge und die Gnome, aber es gibt eben auch weibliche Erdgeister und das sind unter anderem die Erd-Nympfen, die Wald-Nympfen, die Höhlen-Nympfen und die Grotten-Nympfen. Wenn du in eine Höhle gehst, dort kannst du oft eine besondere Kraft und Energie spüren. Du könntest sagen, es ist die Kraft von Mutter Erde. Und Mutter Erde auf Sanskrit, Bhumidevi, hat auch eine Reihe von Feinstoffwesen, die ihre verschiedenen Kräfte ausdrücken. Dort gibt es eben zum einen die Höhlen-Nympfen, das sind solche, die weibliche Energie haben, die auch Trost schränken können, die auch verantwortlich sind für das Wasser in Höhlen. Dann es gibt die Zwerge und die Gnome, die eine gewisse Festigkeit und Stärke geben können und die auch dem Menschen Wohlstand schenken können. Und dann gibt es auch den Höhlenschrat, auch Grottenschrat genannt. Das sind solche, die ein bisschen Schabernack spielen, vielleicht die auch ein bisschen Angst einjagen können, aber letztlich harmlos sind. Wenn du in deiner Höhle bist, öffne dich für die Feinstoffkraft in diesen Höhlen und spüre vielleicht die Höhlen-Nympfe in dieser Höhle.